Ich kann wirklich nicht gut mit Leuten. Ich bin, wie gesagt, aus der Schweiz. Wir haben keine Emotionen, wir haben Geld. An dieser Stelle müssen Sie eigentlich nicht klatschen, weil ich habe ja schon Geld. Also ich brauche nicht auch noch Applaus, aber Dankeschön. Auf jeden Fall. In so normalen Situationen geht es noch. Ganz schwierig, finde ich, ist es bei romantischen Situationen. Da weiß ich nie, wie man sich verhält. Also so flirten mit jemandem, das finde ich unglaublich anstrengend. Wenn man flirtet, dann legt man einfach noch so eine Ebene auf die normale Ebene rüber. Und manchmal flirte ich mit Leuten in normalen Situationen oder ich verpasse es zu flirten in so romantischen Situationen. Also zum Beispiel in der Bahn, wenn ich so gefragt werde, haben sie eine Fahrkarte. Und ich sage, natürlich habe ich eine Fahrkarte. Und der Schaffner ist dann jedes Mal irritiert.